So, und hier gehe ich immer einkaufen, am Neuen Wall. Da hinten ist mein altes Hotel des Atlantik. Da wohne ich ja seit vorigen Jahren nicht mehr. Jetzt wohne ich ja daneben im Royal Meridian. Und dann laufe ich mal so ganz locker zu Fuß hier zum Neuen Wall. Da kaufe ich immer einen. Und dann haben wir hier schon den Neuen Wall. Da kaufe ich mal bei Cartier eine Sonnenbrille für die Bühne. Mal locker für ein paar tausend Euro oder immer gut, alles im Neuen Wall. Oder hier so ein Omega-Ührchen für lockere siebentausend Euro. Oder das passende Omega-Ührchen für die Frau, für die Lady, für schlappe 27.100 Euro. Wo gemerkt, Euro, nicht die Mark. Ich bin hier die singende Nachtigall oder der Trellerbade von Hamburg. Hier bei Bulgari, da gibt es Uhren. Ja, da muss ich auch schon lange für singen. So ein ganzes Konzert zumindest. Um solche Uhren zu kaufen, weil die kostet die Schlappe 42.000 Euro. Und zu dem Preis sage ich schon mal gar nichts mehr. So, hier sind wir auch schon auf der Reeperbahn. Die große Freiheit auf der Reeperbahn. Und da ist auch schon mal ein Foto, da bin ich. So, das ist die große Freiheit in St. Pauli. Die Reeperbahn hat große Freiheit, die beiden Straßen, wo alles angefangen hat. Die ganze Rock-and-Roll-Scheiße, die Beatles. Alles hat hier gestartet. Ring, wo hat hier die Frauen flach genägt. Die Reeperbahn, wenn ich dich heute so ansehe. Willi, ich bin für den Film, den ich mehr leid. Und das ist mein altes Hotel in der Atlantik. Von der Wasserseite aus, der nach außen ist. Und das ist mein altes Hotel in der Atlantik. Von der Wasserseite aus, der nach außen ist.